Häufig werde ich gefragt, welches Objektiv kannst du mir denn empfehlen? Und da muss ich gar nicht lange nachdenken, sondern kann direkt sagen, dieses hier, eine 50 mm Festbrennweite. Was ist nun aber das Besondere an der 50 mm Linse? Ganz einfach, 50 mm Brennweite bildet die Welt zumindest an Vollformat so ab, wie wir sie auch im Alltag sehen. Sprich, 50 mm an einem Vollformatsensor entsprechen ungefähr dem Blickwinkel des menschlichen Auges. 50 mm an einer APS-C Kamera entsprechen ungefähr 75 mm an Vollformat und das ist eine schöne Brennweite für Portraits. Also so oder so, eine 50 mm Linse gehört in jede Fototasche. Okay. 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 Okay.